Guten Morgen und willkommen zu einem neuen Vlog. Ich bin gerade in Kreuzberg und treffe mich gleich mit einer Freundin, einer Brieffreundin tatsächlich. Wir haben uns über einen Instagram-Post von Florence Gibbon kennengelernt. Bin ich denn hier überhaupt im Fokus? Moment mal. Okay, neuer Versuch. Ja, wir treffen uns in einem Café, das heißt No Milk Today. Und die haben ganz, ganz tolles Frühstück, auch veganes Rührei und sowas. Und ich bin mega gespannt. Vor allem auch auf den Bagel. Klang auch sehr, sehr gut. Die haben auch veganen Lachs. Und ich versuche noch einen Café auszukundschaften, wo ich an meinem Geburtstag brunchen gehen kann. Und vielleicht ist es ja eine Option. Ich habe die beiden Meals, Jungfrauen, die ich gleich gerade noch nie getroffen. Also mit der einen habe ich eben Briefe hin und her geschrieben, aber auch echt noch nicht viele. Also es ist noch nicht so lange her, dass wir uns kennengelernt haben. Und die andere ist ihre beste Freundin. Ich werde euch ja die Namen nennen, aber ich weiß nicht, ob sie das wollen. Aber ich dachte, ich filme trotzdem ein bisschen mit, um euch zumindest das Frühstück zu zeigen. Und später habe ich auch noch ein, zwei Sachen, die ich gerne ansprechen wollte. Ein paar Thematiken, die ich mir in meinem Bullet Journal notiert habe. Und es lohnt sich nicht dafür. Hallo? Nee. So ein paar Thematiken, die ich mir aufgeschrieben habe. Und für die es sich nicht lohnt, ein ganzes Hauptvideo, nenne ich es immer, zu machen. Und deshalb wird es wahrscheinlich dann ein paar deines Vlogs. Und da ist ein kleiner Hund. Genau. Und nach dem Café gehen wir dann vielleicht noch ein bisschen durch die Läden hier in Kreuzberg. Noch ein Hund. So viel kleines bisschen Hund hier. Gut, hier sind jetzt mehr Leute, also wollte ich mal anfangen zu filmen. Und wir sehen uns später. Wir sitzen jetzt im Café. Hier habe ich meinen Bagel. Ein Cappuccino. Can I show you your food? Yes. Do you want to tell me what you've got? This is like a raw berry cake and a Vietnamese style coffee. Looks so fancy. I've never had anything like this. It's taking ages to, like, get done. But, no, I'm patient. And I have a Swedish cinnamon roll and a latte. Looks really good. With coconut almond milk. Fancy. They agreed to be in the vlog. Yay! Okay, also, wir haben jetzt gegessen. Und ich wollte euch noch das Café zeigen. Oh, das ist so süßig. Sogar die Toilette ist süß. Die ganze Band war mit einem Buchauswerk leistet. Aber es waren so... Wie hieß das jetzt? Grabepigramme? Mhm. Und wir sprechen gerade die ganze Zeit über Wörter, die im Niederländischen, Englischen und Deutschen wie die so heißen und um uns gegenseitig so ein bisschen die Sprache herbeizubringen. Das ist lustig. Wir sind jetzt in einem Second-Hand-Done. Dress-Code heißt jetzt. Und das ist einfach sehr... So, wir sind jetzt bei Pick and Wait. Kennt man ja auch aus unterschiedlichen Städten. Es ist ein Kilo-Storm. Es ist einfach alles sehr, sehr viel. Also das erste Mal, wenn man hier ist, ich war einfach nur komplett überreizt. Aber jetzt, wo ich so ein bisschen weiß, wo welche Sachen sind, liebe ich's, weil man so besondere Sachen findet. Ich zeig euch mal ein bisschen was zu gut. Das ist so random. Es ist so cool. Es ist mehr als in den Rüdern, wo sie Steine haben. Oh, ja. In Australien, du musst diese in bestimmten Bereichen tragen. Oh, in Slowenien auch. Hier ist auch so eine Upcycling-Section mit sehr knatschendem Boden. Eine Zeit lang hatten die ganz viele mit so bunten Mustern drauf. Und die sind dann auch einfach sehr, sehr teuer. Hier auch. Jeans. Oh, so cool. Ich glaube, die waren hier auch schon letztes Mal, als ich da war. Hier hinten ist die Section, die ein bisschen billiger ist. Hier gibt es so feste Preise. Zum Beispiel da Jacken 10 Euro. Hinten Westen und Röcke 4 Euro. Und man muss das eben nicht abbiegen, sondern weiß schon, wie viel man bezahlen muss. Festlichkeiten. Ich war erfolgreich. Ich habe hier so ein kleines, süßes Tuch gekauft. Look at this! Es ist sehr wunderschön. Oh, ja. Es war einfach so, wie... So, ihr... Oh, nein, mein Stoff ist so... Wir haben, wie, sehr schöne Schäuze. Ja. Absolut. Ja. Green. Retro. Ja. Love it! Like my grandmother's plates and cups. Yeah. It's all coming back now. Yeah. It looks great. It's my heritage. Wir sind in so einem Hinterhof. Und hier, so ein ganz fancy Second Hand Winter Store. Aber die machen eben auch so selbstdesignte Sachen. Ich weiß nicht, ob sie auch haben. That is amazing. I'm calling. That's really cool. But there are penises. The Instagram is on there. Some promotion here. Oh, it's so cool. It's so happy. This is the most amazing thing ever. And just like that, you are a star. You are a celeb. Don't talk to me. Yes. Yes. I can't believe this. I can't see anything. Oh, yeah. The pom pom. I'm here. I got this one. How iconic is this? Yeah. Okay. Okay. Ich fühle die Vorderseite irgendwie nicht zu 100%. Und deshalb bin ich ein bisschen hesitant gerade. Okay, ich habe mich jetzt von den beiden Minutes verabschiedet. und werde mich jetzt wieder auf den Weg nach Hause machen, aber ich hänge echt ein bisschen gerade an diesem Kleidungsstück. Das sah so cool aus. Und die haben am Freitag einen Sale und vielleicht gehe ich dann nochmal hin. Ach, ich muss es mir noch überlegen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, das könnte mich auch inspirieren, so etwas ähnliches selbst zu nähen, aber vielleicht ist es auch zu schwierig. I don't know. Und es ist auch einfach irgendwie cool, das da zu kaufen und den Store zu unterstützen, aber es ist halt einfach sehr teuer. Deshalb muss ich mir das nochmal überlegen. Es ist der nächste Tag und nachdem es gestern sehr schön war, war es heute sehr stressig, aber es ist okay. Ich habe jetzt alles irgendwie wieder gemanagt. Ich habe festgestellt, dass die meisten Abgaben für den Bachelor für das erste Trimester früher sind als gedacht war. Vielmehr, dass ich währenddessen noch viele andere Sachen geplant hatte und die müssen jetzt vielleicht ein bisschen zurückgestellt werden. Mal sehen. Jetzt bin ich gerade in Charlottenburg auf dem Weg zu meinem Synchronkurs. Und wenn ich nachher zu Hause bin, schaffe ich vielleicht noch, das Second Day fertig zu schneiden. Das wäre sehr, sehr schön. Da freue ich mich an den ganzen Bachelor, Kram, Stürze. Hätte ich das irgendwie gerne abgeschlossen. Mal sehen, ob ich es schaffen. Und ich muss euch nachher unbedingt mein Outfit zeigen. Und es ist iconic heute. Ich habe hohe Schuhe an. Es waren die Einzigen, die irgendwie zu dem Outfit gepasst haben. Aber es gibt dem ganzen Vibe, das sagt es euch. Ja, ihr könnt es nicht so richtig sehen, aber wenn ich nachher mal irgendwie vorm Spiegel stehe, dann zeigt es euch. There you go. There is the Outfit. Oh yes. Was ist das für dich? Ein Spiel stark genug und dafür wirst du jetzt sterben? Ja. Guten Tag, meine lieben Menschen. Es ist der nächste Tag. Ich weiß auch nicht, was gestern dann los war. Ich bin irgendwie nicht mehr gefilmt. Wir haben uns gerade Pizza bestellt. And we're very happy. I love it. Okay, ich kann nicht in die Richtung filmen, weil dann sieht man, wo wir wohnen. Und jetzt die Pizza. Okay, are you ready? Yes, of course. I'm born ready. Okay. Drei, zwei, eins. Wow. Freund, ich mag keine Rucola eigentlich, aber irgendwie habe ich mir eine Rucola-Pizza bestellt. Daumen der Askel. Hä? Hä? Meine ist super vegan. Viel Käsepizza. Mhm. Ja, meine ist vegan. Und ich weiß nicht, ich wollte das nochmal probieren. Irgendwie hatte ich Lust, auf so was, auf so einen Geschmack von Rucola. Ich hoffe, dass es auch jetzt kein Fehler war. Ja. Aber man muss Sachen ja nur oft genug probieren und dann irgendwann schmecken sie einem. Das ist doch so ein Ding, wie oft? Siebenmal oder so? Keine Ahnung. Nein. Nein. I don't think so. Manche Dinge, dafür bist du einfach nicht gemacht, dass man die mag, weißt du. Okay. Also Kümmel. Kümmel. Oh, Kümmel ist ein ganz schwieriges Gewürz. Ja. Das könnte ich auch 10.000 Mal essen und ich finde es trotzdem eklig. Guten Appetit. Achso. Wie soll ich das jetzt verloren? Nein. War leider eine Enttäuschung, die Pizza. Der Rucola war nicht mehr gut. Der hat irgendwie so gammlig geschmeckt. Dum dum dum. Meine Pizza war lecker. Ja, Marius war gut. Also hier, Pizza, wie hieß denn die? Rucco? Rucco. Rucco. Don't. Please don't. Don't do Rucco. Nein. Guck mal, wir haben das schon mal bestellt und das war echt gut. Ja. Und vor allem halt auch der vegane Käse. Es schmeckt an sich lecker. But please check your Rucola. Was heißt das? Rocket? Heißt das nicht Rocket auf? Oder ist das auf Französisch? Für mich gerade, aber ich weiß, was Rucola auf Englisch heißt. Merkst du selber den Fehler, oder? Ja. Ich möchte euch was zeigen, was ich gerade Marnie gezeigt habe. Eine Koordinationssache mit den Armen. Und ich möchte euch fragen, könnt ihr das einfach so? Weil wenn ihr TänzerInnen seid, dann könnt ihr das vielleicht einfach so. Aber ich bin ja wieder eine Neuanfängerin, ne? Also ich dachte ja, ich bin noch voll drin, aber dem ist nicht so. Leider. Was ein bisschen deprimierend ist, aber auch ein bisschen einfach Ansporn gibt. Und wir haben beim Hip-Hop so eine Übung gemacht, so eine Koordinationsgeschichte, wo man so macht mit dem Arm. Natürlich ist es am Ende ein bisschen mehr hier so fluid. Aber das ist so die Bewegung. Und dann kommt halt der andere Arm dazu. Und dann macht man eben so. Und dann kommt der andere Arm dazu. Und jetzt so langsam habe ich den Dreh raus. Aber am Anfang dachte ich echt, ich werde absolut ver... Es klappt. Es klappt! Nein, falsch. Okay, ja. Fault-Effekt. Ja, Freunde, es ist nicht einfach. Und mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich wollte es einfach hier mit dem Blog teilen, weil ich hoffe, dass ich dann in ein paar Monaten darauf zurückblicke und mir denken werde, jo, der Move, der sitzt jetzt. Aber... Beginner sind Gewinner. Ist das so? Ja, das ist bei Helfengedeck. You're right. Und da wird auch Beginner halt anders als Beginner, aber auch Beginner. Yes, that's correct. Es ist auch der Beginners-Kurs. Ja. Beginners, vor allem. Obwohl, nee. Ist das Beginner oder Open Level? Ist immer ein bisschen problematisch, weil Open Level, da sind natürlich auch Leute dabei, die echt gut sind. Not me. Ha! Ja. Aber dafür bin ich ja da, ne? Um zu lernen. That's the spirit. By the way, I'm aware. Aber ich hatte noch nicht die Mousse, das zu nehmen. Und jetzt hören wir ein bisschen geile Musik. Moment mal. Kann man das Licht hier nicht noch ein bisschen besser machen? How is that? Yes. Okay. Ein paar Lieder, die ich aktuell sehr gerne höre. Ah, vielleicht zeig ich euch die in den separaten Video. Mach ich wahrscheinlich eh nicht. Let's show them now. Bad. Von Christopher. Ich fühl's einfach. Ich fühl's. Und es gibt ein Tanz-Cover von Bouillon. Wow. Ich verlinke's euch. Na alles! Egal, es war auch schon Compare, Bloß. Alt Neither. Ach hitting die Haut, Es ist das Lied? What the fuck do I know? By myself. Jetzt kommt River, auch ein sehr ikonisches Dancecover von Itzi, verlinke euch auch unten. Honestly, one of the most beautiful people I know, aber vor allem unfassbar talentiert. Oh, I felt that. So, für das letzte, vordern, Schönen David. Immer zu tun und zu lassen, was ich will. Sieht er oft aus. Warum geht's mit den White-Tips? Bist du recht, ist dein Mann so sexy. Spiel mit Itzi-Turs, ist dein Mann so sexy. Spiel mit Itzi-Turs. Spiel mit Itzi-Turs. Außer wie eine Barbereiche darf das. Alle wollen meine Mike oder Stade-Max, doch ich mache diese Bitches nicht mehr famous. Die Nachbar freut sich auch. Gießen, dass hier der Mut ist. Ich war dann gestern übrigens noch im Mauerpark abends und habe mit Michael und Marit, die ihr ja schon kennt, noch was getrunken. Die hatten noch nie Mate probiert und das ist ja irgendwie so voll das Ding hier in Berlin. Ich mag auch sehr gerne die warme Version, so aus Südamerika. Von meiner Family aus Argentinien habe ich da so einen kleinen Mate-Pot. Habe ich auch schon mal in einem Livestream getrunken und euch da empfohlen. Ja. Wenn wir schon von Livestreams sprechen. Mein Dozent in der Uni meinte, ich soll es doch mal mit Livestreams auf YouTube versuchen. Wir besprechen nämlich aktuell so Social-Media-Strategien und ehrlicherweise ist das glaube ich einfach nicht so mein Ding. Ich verliere schnell den Spaß an YouTube, wenn ich es zu professionell aufziehe. In dem Sinne, dass ich es zu sehr auf Wachstum ausrichte. Natürlich ist Wachstum schön und Likes und Follower sind schön. Einfach das, was ich mache, mit vielen Leuten teilen zu können und Feedback zu bekommen, ist toll. Aber wenn ich mich da zu sehr darauf fokussiere, dann werde ich unglücklich. Und ja, deshalb muss ich da so ein bisschen aufpassen, dass ich die richtige Balance finde. Livestreams machen mir an sich aber Spaß. Aber natürlich nur, wenn auch irgendwie Leute zu gucken. Sonst muss ich mir halt irgendwie ein Konzept überlegen, so ein bisschen. Marli und ich haben heute darüber geredet, dass wir vielleicht mal bald ein Video zusammen drehen. Es steht ja auch immer noch die zweite Podcast-Folge aus. Es ist so ein bisschen stressig aktuell, weil sie in den letzten Zügen ihrer Bachelorarbeit ist. Und ich auch gerade sehr, sehr viel zu tun habe in der Uni. Und die Abgaben für das erste Trinkmester anstehen. Deshalb wird es vermutlich nicht im nächsten Monat stattfinden. Aber man kann ja die Zeit danach schon mal planen. Ich bin sehr rot hier im Bild, ne? Das ist schon ein bisschen auffällig. Kann man das lichttechnisch hier irgendwie anders legen? Wir hatten da eben überlegt zum Beispiel Mukbang mit lustigen Fragen. Gespräche mit Marli wären einfach grundsätzlich witzig. Also das kann ich ganz versichern. Wir kennen uns so gut, dass wir so eine Humor-Chemistry haben. Und immer wenn ich dann Videoclips von uns irgendwie bearbeite, weil sie jetzt ja auch in den Vlogs zu sehen ist, ist das einfach lustig. Und deshalb, vielleicht wäre so ein Livestream mit ihr auch ganz cool. Könnte man als Livestream aufziehen, könnte man auch als Video aufziehen mal sehen. Kann ich euch hier ein bisschen mehr ranzoomen. Dass ich da nicht so unten im Bild hänge. Schon so lange nicht mehr mit Stativ geblockt. Ja. Man sollte sich ja auch eigentlich nicht so von oben filmen, weil es dann so ist, als würden die ZuschauerInnen, also ihr, auf einen herunterblicken. Genauso wenig, wie man die Kamera so von unten machen soll, weil das dann eben so einen Eindruck erweckt von wegen ich stehe über euch. Aber man kann natürlich auch damit spielen. Und jetzt habe ich noch eine ganz wichtige Frage an euch. Eure liebsten deutschen Schimpfwörter. Was würdet ihr jemandem beibringen aus dem Ausland, der die kein Deutsch kann? Ich hatte das Gespräch nämlich mit Mike und Marit. Falls ihr coole Wörter kennt, lasst es mich wissen. Mir ist direkt Scheibenkleister eingefallen. Das habe ich denen dann gesagt. Aber das ist halt nicht so ein richtig böses Wort. Und manchmal möchte man ja auch so ein richtig böses haben. Und eigentlich eignet sich die deutsche Sprache ja total gut für Schimpfwörter, weil man sie so hart aussprechen kann, wenn man möchte. Aber mir sind einfach keine Ausgaben gefallen. Ich glaube, ich bin doch einfach eine Person, die nicht so viele Schimpfwörter verwendet. Also wenn ich richtig sauer bin, dann werde ich auch einfach emotional und gleichzeitig so ein bisschen kalt und bin dann einfach sehr direkt. Und ich glaube, die Menschen merken durch meine Emotionen dann einfach sehr, dass ich sie gerade angreifen will oder dass ich irgendwie meinen Punkt klar machen möchte. Aber grundsätzlich, ich gehe Konflikten nicht aus dem Weg, aber ich bin niemand, der Streit sucht. Also es ist dann schon eher so, dass ich versuche, halt eine Lösung zu finden, weil Streiten mich unfassbar viel Energie kostet. Gerade als hochsensibe Person. Und deshalb mache ich es halt nicht gerne. Aber es gibt gewisse Thematiken, wo ich natürlich sehr sauer werde. Und dann muss das ja auch irgendwie kommuniziert werden. Schimpfwörter sind natürlich nicht da irgendwie die Lösung. Aber manchmal möchte man sich das ja auch einfach denken oder man möchte vielleicht so ein bisschen vor sich hin fluchen. Und vielleicht fragen einen einfach auch mal Leute nach Schimpfwörtern und dann möchte man welche nennen können. Und in der Situation befinde ich mich gerade und ich frage mich, was könnte das sein? Und da brauche ich eure Hilfe. Der Synchronkurs gestern war übrigens auch sehr gut, aber auch sehr intens. Und das war was, wo ich dann auch mal meine wütende Energie rauslassen konnte. Das ist nämlich so ein Ding, wenn man eine gewisse Emotion in seinem echten Leben nicht so viel auslebt, kann das manchmal sehr befreiend sein, die dann im Synchron oder im Schauspiel zu verwenden. Und da hatte ich zum Beispiel einmal so eine ganz verstörte, ängstliche und auch traurige, verzweifelte Person, die gerade gestorben ist. Das ist glaube ich die Intro-Szene von Into the Water. Ich bin mir nicht ganz sicher von Paula Hawkins. Die Rolle habe ich einmal gesprochen und danach dachte ich auch echt, also ich habe wirklich das Gefühl gehabt, ich muss jetzt sterben. Und das war in dem Moment natürlich gut, weil ich dann die Emotionen gut verkörpern konnte. Aber so eine intensive Emotion spüre ich in meinem Leben natürlich nicht so oft. Das heißt, es tat irgendwie gut, das alles einmal rauszulassen, weil egal ob man so eine Situation gerade in seinem Alltag hat oder nicht, es stauen sich ja trotzdem auch einfach so Spannungen an im Körper irgendwie. Und wenn man das dann durch so eine Rolle sehr intensiv rauslassen kann, fühlt man sich oft danach besser. Und das gleiche hatte ich jetzt gestern im Synchron mit einer sehr wütenden Rolle. Da mussten wir von The Incredibles ein Pärchen spielen, das sich ankeift und sehr wütend ist. Und der Mann ist in so einer verzweifelten Situation auch, weil er irgendwie sich halt nicht öffnen kann, will, wie auch immer. Und die Frau ist so ein bisschen so, jetzt sag mir doch endlich, was los ist. Wir zusammen kriegen wir das schon hin, so ein bisschen so in die Richtung. Und am Ende schreien sie sich halt so an und das hat richtig, richtig doll Spaß gemacht. Also es war auch sehr intens, also sehr, sehr intensiv zu spielen. Vor allem, weil wir es ja mit Partnern gemacht haben, also die Frauen mit Partnern. Wir haben halt immer eine Frau, einen Mann. Das war eine krasse Situation, weil du bist dann so in deiner Rolle und guckst dir auch so in die Augen. Und dann ist es wirklich so, ach du meine Güte, what just happened? Und dann am Ende spricht man es natürlich aufs Bild. Und das Verrückte ist, dass wenn du einmal die Dynamik der Situation richtig drin hast, sprichst du es fast automatisch synchron aufs Bild, weil du dann so den Rhythmus hast. Und das hat doll Spaß gemacht, ja. Das hat wirklich Spaß gemacht. Ich habe zwischendurch schon ein bisschen angezweifelt, ob Synchron so mein Job ist, aber ich glaube, dass es einfach ein sehr breites Spektrum ist und viele Bereiche machen mir sehr viel Spaß und machen aktuell auch Doku und Werbung nochmal. Und Dokumentation macht mir auch echt Spaß. Das Ding ist halt, dass ich eine sehr junge Stimme habe. Und auch bei Werbungen, wir jetzt festgestellt haben, dass halt so Kinderwerbungen super gut funktionieren, aber die machen mir auch Spaß, deshalb ist das okay. Es ist nur schwierig, welche zu finden, die nicht so sexistisch sind. Aber wir dürfen theoretisch auch welche selber schreiben. Und schreiben kann ich gut, deshalb vielleicht mache ich da noch was. Aber Dokumentationen, die meisten Dokumentationen haben sehr erwachsene Stimmen, weil man erwachsene Stimmen oft mehr abkauft. Genauso wie man, ich glaube, das hat sich schon auch viel verändert, aber Männern mehr so seriöse Sachen abkauft. Leider so, beziehungsweise es ist schade, dass es so ist, aber es ist in vielen Köpfen so verankert. Aber natürlich können Frauen auch seriöse Inhalte vermitteln. Auch junge Stimmen können seriöse Inhalte vermitteln. Und ich hoffe, dass ich vielleicht auch einfach, wenn ich ein bisschen in die Branche einsteige, da auch Teil einer Veränderung sein kann und eben auch zeigen kann, so wir jungen Menschen haben was zu sagen. Und wir beschäftigen uns teilweise mehr mit solchen Sachen, haben mehr Ahnung als manche Erwachsene. Also gerade wenn es hier so um Klimawandel geht, gibt es ja wirklich viele Erwachsene, die einfach die Augen davor verschließen und da sich überhaupt nicht mit auseinandersetzen. Und die Leute, die letztendlich die Dokus gucken oder auch produzieren, da habe ich auch Leute in meinem Umkreis, die da viel mit Dokumentation arbeiten und verschiedene Aktivisti zum Beispiel begleiten. Und das sind doch eigentlich die Leute, die dann auch so was sprechen sollten, weil die wissen richtig, wovon sie reden. Und ich hoffe, dass das in Zukunft sich dann vielleicht noch ein bisschen mehr verändert. Wir werden sehen. Falls ihr Teil der Branche seid, you can be part of the change. Ich habe heute Abend noch Hip-Hop-Training. Ich freue mich drauf. Aber jetzt müssen auch noch ein paar Sachen vorher geschafft werden. Meine Seconde Day soll endlich fertig werden. Und ich muss eine Website erstellen für die Uni. Und ja, die Website könnt ihr wahrscheinlich dann auch irgendwann sehen. Also die Sachen, die ich da veröffentliche, werden halt auch wirklich veröffentlicht diesmal. Die letzten Male war das ja immer so, dass wir das nur so fiktiv veröffentlicht haben. Aber dieses Mal wird es wirklich veröffentlicht und es sind coole Themen. Ich habe coole Ideen. Ich weiß noch nicht, was ich alles umsetzen kann. Aber ich denke, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich am Ende sehr stolz drauf sein werde und das dann auch gerne mit euch teile. Yes. Eigentlich wollte ich in diesem Vlog noch ein weiteres Thema ansprechen. Aber ich habe das Gefühl, dass der jetzt schon lang genug ist. Und deshalb spreche ich das dann im nächsten Vlog an. Es geht um Neid. Also falls ihr da irgendwelche Gedanken zu habt oder so, dann habt ihr jetzt die Chance, mit das noch zu schreiben. Dann kann ich das vielleicht in dem nächsten Vlog mit aufnehmen. Auch gerne privat über Instagram. Ich habe nämlich so ein paar Gedanken dazu, die ich neulich hatte und die einem auch einfach helfen mit Neid besser umzugehen. Oder auch so zu erkennen, worum es vielleicht wirklich geht. Und ja, vielleicht gibt es da noch andere Aspekte, über die es sich auch lohnt zu reden. Ja. Jetzt kommt ihr hier und hier zu zwei weiteren Videos von mir. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Hier in der Mitte könnt ihr mich gleich abonnieren. Und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüssi. Tschüssi! 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 Untertitelung des ZDF, 2020